Oh, das ist hier Bente Bentea Bentea 2000 Bentea Start In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen In dieser Hinnenschlaße Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht Ich fahre erstmal hier rechts Sport an der Hände Jetzt rechts abbiegen, dann haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links. Jetzt links. Das war dann manchmal auch das Gleiche. Jetzt haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Da kommt nur die ganze Höhe. So, hier geht es auch nochmal. Zwischenziel. Ja. 61 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts. Jetzt links. Das war ja wohl gut hier. Ja. Ja. Das sind ja wie taucht die Ninks. Das ist ja wohl den Griff haben. Das ist ja möglich. Bitte jetzt. Keine Ahnung. Ja. Das ist nicht meine Stimme. Warten hier wenden auf dem Platz. Ja. 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 In 200 Metern rechts abbiegen, in die Siebentrad-Pilmstraße. Jetzt hat mir das nicht gesehen. Jetzt reicht's abbiegen. Mach ich auf. Jetzt können wir hier noch mal gucken, wie ist das? Jetzt kann ich das nicht sehen. Jetzt rechts abbiegen. Mit Einreggrenzsturz. Ja gut, das können wir noch weit sehen. Wir hören unsere Wände. In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen auf die B65, Menndorfer Landenstrasse. Ah, jetzt bin ich nicht. Jetzt rechts abbiegen. Moment, statt Ronnen. Und anhalten. Weiter. Noch mal nach. Jetzt geht's erst los. Großes Jahrstundenfeld. Knappwatz durch. Fahrt raus. Fahrt raus. Fahrt raus. Fahrt raus. Vielen Dank.